Unser geschätztes Community-Mitglied Anon Solcher 77 hat mir schon vor einiger Zeit einen sehr effizienten, wenn nicht sogar den effizientesten Weg gezeigt, um Behemoths Drohnen zu farmen. Das Ganze erfordert etwas Übung, aber funktioniert wirklich gut, wenn man es mal drauf hat. Und zwar schnappst du dir einen Heli mit Miniguns und fliegst die Behemoths damit an. Wenn du den richtigen Anflugwinkel, die richtige Distanz und die nötige Treffsicherheit hast, ist die Behemoths innerhalb weniger Sekunden Geschichte. Erfordert wie gesagt etwas Übung, aber diesen Tipp wollte ich dir nicht vorenthalten. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg damit, bis zum nächsten Video mein Freund, ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.